Der Warentransport war schon vor Jahrhunderten ein Schlüsselelement der Handelsentwicklung. Dabei war ein rascher Warenumsatz ein grundlegender Faktor, der die Dynamik der Wirtschaftsexpansion beeinflusste. In Europa findet der internationale Warenverkehr überwiegend auf der Straße statt. Eine dynamische Entwicklung der Straßeninfrastruktur übte einen großen Einfluss auf die Änderungen im Bereich der Transportmittel aus. Mit der wachsenden Konkurrenz und dem Bedürfnis, das Angebot der Transportdienstleistungen zu erweitern, entstand auch ein Bedarf an speziellen Transportmitteln, wie Spezialfahrzeuge und Anhänger verschiedenen Gebrauchs. Diese neuen Trends hat Andreas Bliss vorausgesehen, als er 1996 die Firma Bliss Transporttechnik gründete. Diese beschäftigt sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Pkw-Anhängern und Fahrzeugtransportanhängern. Eine ständige Marktanalyse, eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden und überdachte Investitionen erlaubten der Firma, ihr Angebot um Fahrzeugaufbauten im Bereich Kleintransporter und Lkw zu erweitern. Da in der eigenen Produktion Anhänger bis 3500 Kilo Gesamtgewicht hergestellt werden, war es möglich, Verbraucher in verschiedenen Bereichen sowie mit verschiedenen Wünschen zu gewinnen. Anhänger und Fahrzeugaufbauten der Marke Bliss vereinen innovative Lösungen, hochwertige Produktionsmaterialien und Bauelemente renommierter Marken. Der Rahmen jedes Anhängers wird einem mehrstufigen Prozess der Feuerverzinkung unterzogen, der vor schädlichen Witterungseinflüssen schützt. Die Anfertigung aus hochwertigem Konstruktionsstahl garantiert zudem ein optimales Gewicht, das für die Festigkeit verantwortlich ist. Dank der Zusammenarbeit mit anderen Anhängerherstellern garantiert die Firma Bliss ein breites Programm an weiteren Anhängermodellen. Zurzeit hat die Firma Bliss über 1000 verschiedene Anhängermodelle im Angebot. Diese finden Anwendung nicht nur im Bereich Waren- und Fahrzeugtransport, sondern auch in der Baubranche, im Haushalt sowie im Straßenbau. Im Angebot der Firma findet man Speditionsanhänger, Fahrzeugtransportanhänger, Anhänger zur Beförderung von Baumaschinen, Motorrädern, Booten, Pferden, wie auch Anhänger für den Bereich Gastronomie, Handel und Camping. Die gesammelte Erfahrung in der Autobranche, eine ständige Markt- und Bedürfnisanalyse trugen Früchte. Es entstanden weitere Produktionszweige im Bereich Umbau von Liefer- und Lastwagen. Jedes neue Fahrzeug, das bei Bliss Transporttechnik produziert wird, ist ein innovatives Konzept, das aus Kundenerwartungen, Firmenerfahrung sowie der Anfertigungsperfektion des hochqualifizierten Fachpersonals besteht. Diese Erfahrung, fast 20 Jahre Marktpräsenz und ein außerordentliches Know-how ermöglichten dem Unternehmen neue Kunden, nicht nur in Europa, sondern auch im Nahen Osten oder in Südamerika zu gewinnen. Produkte der Marke Bliss erlangten Ansehen in solchen Ländern wie Katar, Chile, Peru, Kasachstan oder der Mongolei. Eine konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern erlaubte, weitere Vertriebspunkte aufzubauen. Zurzeit hat die Firma Bliss die Generalvertretung des polnischen Wohnwagen- und Anhängerherstellers Niviado auf dem deutschen Markt. Dies gilt auch für den Verkauf sowie den Garantieservice der Melex Elektrofahrzeuge, die dank der neuesten Technologie die Umwelt durch fehlende Abgase nicht belasten. Die Firma bietet für die Anhänger einen vollen Garantieservice, sowie einen Service nach deren Ablauf mit 90%iger Verfügbarkeit der Ersatzteile in ihren Verkaufsstellen, die sechs Tage in der Woche geöffnet haben. Im Jahr 2011 änderte die Firma Bliss ihre Rechtsform in Bliss Transporttechnik GmbH. Sie besitzt ein ausgebautes Vertriebsnetz in ganz Deutschland und in Polen. Die Vertriebsfilialen in Deutschland befinden sich neben dem Hauptsitz in Sesen, in Reichertshofen und in Dorsten-Wulfen. In Polen dagegen, in Jaschine neben Kreuzburg im Oppelner Land. Der Hauptsitz und der Produktionsbetrieb der polnischen Abteilung befindet sich in Großlasowicz. Von dort aus werden die Produkte nach Deutschland und ganz Europa versendet. Die Firma Bliss Transporttechnik GmbH präsentiert mit Stolz auf Branchenmessen ihre Produkte, die sich an der Spitze der Technologien befinden. Dank der direkten Kundenkontakte und einer treffsicheren Marktanalyse ist die Firma Bliss imstande, günstige Preise bei höchster Qualität zu sichern. Eine Bestätigung hierfür sind die steigenden Umsatz- und Verkaufszahlen. Die Stärken der Firma sind hochwertige Produkte, eine eigene Transportflotte, der Service, ein moderner Maschinenpark und ihr hochqualifiziertes Personal. Die strategischen Ziele für die Zukunft betreffen die Produktionserweiterung im Bereich der Sonderbauten, eine internationale Expansion mit Schwerpunkt auf den österreichischen und schweizerischen Markt sowie den Ausbau des Händlernetzes. Auf diesem Wege soll die Marke Bliss und ihre Produkte an jedem Ort in Europa erhältlich sein.